Ja, ich wusste nicht, dass er da ist. Er war halt da oben bei B und ich stand unten in der Mitte und hab einfach so hochgeschossen und hab ich ihn halt getroffen. Gehen wir hin, B, ne? Aus Versehen. Ja, B. So, jetzt passt der Sound auch wieder. Oh, ich bin in die Kisten gelaufen. War das schon drauf? Ja, dann go, 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 go. Warte, ich hab noch ne Flash. Oh, komm schon, alter. Äh, von Doors könnte Loch kommen. Guck doch, wer cutt das? Noch? Ja, cutt das guckt ja an. Ne, doch nicht. Hallo. Jo, ich hab erst mal in der Tür. Ach, shit. Hätte ich mir meine schönen Duel Barret saven können. Äh, lass mal nochmal B gehen und durchrushen. Ja, ich hab mich mitgekriegt. Jo, dann komm halt mit nach. Ja, kannst du ja mit. Ja, oder mach mit. Ja, mach mit. 2D. Okay. Was, was zum Werfen? Ich bin auch geflaggt. Aber volle Lotte, alter. Wo kommt das denn? Ah! Hey, ich hab jetzt rausgefunden, wie man, äh, die Crosshair umstellt. Wie denn? Crosshair size. Und dann einfach auf einstellen. Das ist ein kleines Ding. Komm schon, alter. Mit der fucking Pistol. Wie mach ich mir denn die Konvo? Wie mach ich mir denn die Konvo? Ja, in dem musst du erst mal einstellen. Geht im Game nicht. Doch, eigentlich schon. Da gibt's ne, da gibt's ne Funktion. Bei mir ist es auf, bei diesen Häkchen zweiteln. Das ist Standard, glaub ich, wenn du so eingestellt hast. Wo kann ich sie denn einstellen? Mit der Einstellung. Mit der Entwicklerkonsole. Entwicklerkonsole aktivieren. Ah. So, und wie ist jetzt der Befehl? Boss, äh, CL-Crosshair size. Und dann auf eins. Einer B, 2 B. Ja, wow, das macht's auch nicht kleiner als vorher. Kannst du auch umstellen, dass es größt wird zu klein. Was kannst du, Conny? Kannst du auch umstellen, dass es sich nicht immer verändert hat. Leg mich fest am Arsch, alter. Ich hab jetzt schon kein Bock mehr. Schon seit drei Runden hat er mich mit ner Pistol gekillt. Ey, das ist doch unlogisch. Der ist abnormal, dieser Typ mit dieser fucking Pistol. Und wie kann ich das umstellen, dass das leicht bleibt? Ich hab ne Ahnung. Ich hab ne Ahnung. Kennst du den Befehl dafür, Conny? Verpackt mal ein Menür umstellen. Wir müssen die Menü umstellen. Wir müssen die Menschen umstellen. Standard, statisch. B sind mindestens zwei Nur campen wir halt mal ein bisschen Geht ja wir haben ja noch Zeit Bin drauf Vorsicht ja Oha full flash Bitte Wette der kämpft wie der vorm Loch oder hier an den Draws alter der Wichser So was sieht gut aus ich geh planten Gut ich sehe wieder was Guck mal an der Cutters bitte Ja Der ist weg Das geht doch alter erster kill So wo lang B Ach B Ja wir standen gerade alle so gut Spray me I'm throwing smoke Spray me Spray me Woah Full geflasht Ey das war ne HE alter Ich bin roten Davor kam ne Flash Und die HE hatten die auch voll getroffen Ich hab nur 73 Wir verschieben Ich bin roten Und die Ich bin roten Und die Die Ich bin roten unlogisch ja ganz vergessen liegt auf kurz warum stirbt er denn nicht du hast ihm gedrückt 64 14 so schlecht hat das lokal doch einer kommen auf kurz einer weihe er ist auf a der andere ich gehe mal auf b blenden der b ist aber auch einer der a ist frei der letzte sein der auf b ist neben der b habe ich gerade geholt was wir uns an oder machen kalt welcher volltrott schmeißt die bombe weg das macht immer dieser eine lande oder was drei sind weh gegangen die sind ja mal super schlecht wo denn also ja da wird auch bin ich durch habe zwei ich habe noch einer keine ahnung die klappe ich habe